Hey, Huvix jetzt in einer weiteren Folge von Beyond Good and Evil. Ja, wir sind wieder hier. Und ja, heute geht's ins Labor. Nehme ich mal an. Ich meine, wir können hier auch schauen, aber hier schaut's nicht so freundlich aus. Wenn wir hier so haben, so. Da muss ich dir recht geben. Wir werden hier mal durchgehen. Mal Westflügel. Mal gucken, was hier so der Fall ist. Lassen Aufzug direkt voraus, Jade. Okay. Sie kommen von überall her! Oh shit. Kann ich die auch fotografieren? Klingt jetzt blöd, aber... Okay, dann soll ich die vielleicht nicht fotografieren. Die sind ein bisschen aggressiver. Gerade die, die rot sind, sollte ich vielleicht. eher beachten. Da hab ich ein bisschen gefressen, soll ich jetzt mal. Wo ist denn noch einer? Ah, hier. Okay. Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich geb dir gleich strahlendes Lächeln. Naja, wir sollten vielleicht wieder essen. Demnächst. Aber, ja. Na gut. Tschüss. So, was sind wir denn jetzt? Hier, also, ne? Oh, willst du hin? Ich seh mich da drüben mal um. Okay, okay. Ich sitz wohl hier fest. Zeit vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Ja, ja. Sagen alle. Oh shit. Oh shit. Okay, das bringt nichts bei dem. Verdammt. Hätte sein können. Ah, guck mal einer an. Jetzt sollte ich vielleicht essen. Das stimmt. Ja. Das war close. Vor allem, wenn die alle so stark werden. Oh shit. Nicht so gut aus für meine Überlebenschancen hier. Oh, dann. Hier ist er. Ach so, scheiße. Ich sollte vielleicht anrufen. Wie mache ich das denn noch? Scheiße. Äh. Einmal irgendwie. Äh. Boah, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich habe schon so lange nichts mehr gemacht. Ei, 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 ei. SAKW, SAK. Alles klar. Äh. Wie war denn das? Fuck, ich weiß es schon nicht mehr. Okay. Das war es nicht, ne? Naja. Hm. Wie kann ich denn nochmal anrufen? Okay, ich mache einfach ein Foto. Es geht natürlich auch. Du hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Das ist gut. Hoffentlich tut sie das auch gleich. Okay. 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 So, Mails. Johnny, ich... Hm. Hm. Nutri-Pillen-Fabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Das sollte funktionieren. C6-X7. Okay. C6-X7. 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 Nehmen. Was haben wir denn hier? Die Faust der Gerechtigkeit, oder wie? Bueno, ich behalte das für dich. Gyro-Diskwerfer. Ziel muss aktivieren. Umschalt. Okay. Zielen. Okay. Summen. W und S. Schießen. Alles klar. Umschalt. Er hat sich nicht kennengelernt. Ich schiebe hier. Ich schiebe hier. Er hat sich nicht. Ich schiebe hier. Ich spiele. Das ist Nevans. Ja. Ich spiele. Das ist mein Campus. ich verstehe gar nicht wohin ich das schießen sollte manche man sieht ja mal die hausigen mal strahlung das macht sinn gut da bist du okay sie sie haben mein gehirn weich gekocht nicht gedacht dass der noch lebt bist du unser kontakt bist du da mit sag dir das iris netzwerk irgendwas jade mein name ist jade und ich habe nicht die leiseste ahnung wie wir hier wieder rauskommen dabei könnte ich behilflich sein also bist du double h double h triple sie wie sie wollen fragen sie mich nicht ich weiß nur noch zehn minuten länger und ich wäre geschichte ich verdanke ihnen mein leben und deshalb können sie auf mich zählen miss seines jade mein name ist jade zu diensten miss jade seines alles klar ist nur die perlanz haben und das ist wichtig so darum das foltergerät nice kommen wir hier raus ist die frage der sechs gibt das ich jetzt den schutz verstärkte stahl ok scheint nichts zu bringen aber wir bekommen jetzt informationen zu dingen gute sache ach ja ach ja in der ausbildung haben wir gelernt dass man nicht durch 20 hat er sich jetzt ach du scheiße ähm ja toll erst mal neben dem disk einlegen läuft bei ihm so da können wir das mal über speichern jawohl weiter geht's so aufzugsraum hm ähm so alles klar ah ich müsste jetzt hier wieder bei page sein ne vielleicht gibt es oh das schaut dick und fett und hässlich aus ja so ok ja erst mal schießen uns da ist seit tausenden von jahren ausgestorben Ja, anscheinend ja nicht. Okay, das würde ich vielleicht nicht machen. Okay. Das ist auf jeden Fall coole Sequenzen dabei. Aber ich muss... Alter. Macht doch noch mehr Schaden. Kollege. Wie soll ich den besiegen? Ich wäre bei, unser erster größerer Boss zu sein. Ach du Scheiße. Ah, jetzt auch muss ich am Treffen und dann quasi stunnen und dann angreifen. Alles klar, ich habe den Boss verstanden. Also wenn du das isst, dann geht es ja eh. Sozusagen. Dann geht es ja eh, wenn ich der nur so ist, ne? So, das sollte nicht das Problem sein. Nächste Phase oder wie? Bis ich den erwische. Oder wie schaut es hier aus? Okay, jetzt werde ich den wahrscheinlich erwischt. Und jetzt kann ich erst mal rennen. Okay, gut. Da ist die Perle. Holy shit. Und das... Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Mmh. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Kommen wir da runter. Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Okay, finde ich gut. Das heißt, wir können uns auch aus Double H spielen, oder wie? Ich glaube, wir haben das Nötigste gemacht eigentlich, oder? Okay, hier ist auf jeden Fall was Neues gewesen. Ich speichere nach dem Bosskampf mal hier. Ja, ich weiß, was wir müssen, aber wir müssen uns mal speichern. So. Das müssen wir machen. Natürlich sagt das mir jetzt nicht nochmal. Aber wir gehen jetzt hier rein. Okay. Das war ja schon mal gut. Oh Gott. Elektropuzzle. Dieses alte Schwein kann vielleicht nicht fliegen, aber es läuft immer noch wie ein Frischling. Wenn du meinst, Page, dann bitte. So. Benutzen. Konto, Identifizierung. Okay. Die brauche ich. Eine Büchse Carpabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Und natürlich... Eine Büchse Carpabs stellt die Lebensenergie... Ein Starkos stellt ein... Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Und das... Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. So. Jetzt ist das leer. Und das hier ist quasi... Kein Saft. Hm. Ah, deswegen... Der Ventilator. Er stellt den Kontakt her. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. So. Hier, na? Na dann. Hier, Ventilator. Perfekt. So. Mir kommt trotzdem vor, ich bin noch immer zu Toril-Level. Aber sonst... Hier ist... Hier ist noch was. Was ist das? Okay. Aber noch nicht. Oder doch. Sag einfach wann, Jake! Holt sie, ihr Mädchen! Jetzt! Junge... Ich bewundere deine Art, mit Wächtern umzugehen. Dreieckiger Schlüssel. Sehr schön. Scan-Analyse okay. Alles klar. Du probierst quasi hier. Dreieckiger Schlüssel. Oh ne. Wofür... Eindringlinge. Zerstörungsprozedur. Zerstörungsprozedur! Das wird sicher weh, ihr Paradigen! Goat! Da! Ha! Get her! Goat! Goat! Jetzt! Goat! Da! Oh, ich sollte essen, fuck, dass ich jetzt das gesehen habe. Alter, man, die sind echt nicht so leicht zu fiedeln. Okay, Creech wurde beschädigt. Jetzt aber, oder? Okay. Das macht mich krank, all diese mechanischen Wunderwerke platt machen zu müssen. Oh, PB1 haben wir bekommen und genommen. Alles klar. Finde ich gut. So, ist hier noch was drin? Nope. Nope, 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 nope. Okay. Dann dreieckiger Schlüssel. Hier. Mal schauen, was jetzt passiert. Nichts erst mal vorübergehend. Das klingt nicht so vielversprechend. Okay, hier müssen wir trotzdem wieder durch. Jetzt geben wir wenigstens ein paar von denen an. Okay, wie ich das jetzt wieder geschafft habe. So. Gehen wir mal hoch. Und jetzt gehen wir saven. Okay. Komm. So. Gut. Das war's die Folge für heute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und bis dorthin. Spielt schon brav weiter. Danke fürs. Danke fürs Zuschauen.